Wenn ich in meinem Lebenslauf eine Lücke habe, die unter drei Monate ist, aber nicht aus einer Arbeitslosigkeit resultiert und ich im Gespräch darauf angesprochen werde, bin ich lieber ehrlich oder sage ich einfach, dass ich da arbeitssuchend war? So, also sagen wir mal, da war eine Lücke von zwei Monaten, aber im Wahrheit, die nicht aus einer Arbeitslosigkeit resultiert. Also jetzt sagen wir einfach mal, das kann alles mögliche sein, das kann ein Beinbruch gewesen sein oder eine bewusste Auszeit oder völlig egal. So, die Frage ist, soll man da sagen, dass man da arbeitssuchend war? Und ich würde sagen, bis unter drei Monate auf jeden Fall, weil in der Regel wird man auf unter drei Monate auch überhaupt nicht angesprochen. Das ist halt so eine Zeit, die Anschlusszeiten nennt man das ja. Also wenn man einen Job hatte, verliert ihn, sucht neun, da kommen schnell drei Monate zusammen, deswegen ist das in der Regel vollkommen problemlos. Und ich sehe jetzt, ha, seht, mein Gedächtnis ist nicht so fit wie sonst, dass Nina dazu nämlich auch noch eine Erklärung geschrieben hatte, in dieser Zeit habe ich in einer Agentur gearbeitet, die ich eigentlich nicht erwähnen möchte, da ich da nur kurz war und ich das Zeugnis nicht mitsenden möchte. Was ist da besser? In dem Fall würde ich sagen, verbrennst du das Zeugnis feierlich beim Grillen im Garten und erwähnst diese Agentur einfach nie wieder. Und das musst du bei der kurzen Dauer tatsächlich auch nicht. Das heißt, in dem Fall ist meine Antwort, schweigen. Schweigen ist das Beste, was du dann tun kannst.